Sancho, was ist los? Herr, lieber heute nicht in der Schule, Sam. Hast du was von ihr gehört? Nein, nichts. Schon gut, vergiss es. Ich hab sie gefunden. Fertig! Hör mal, Sam. Ich hab mich neulich wirklich gefreut, dich zu sehen. Weißt du, Sandra, ich hab grad ziemlich viel zu tun, also... Ich hab noch keinen gefunden, der mit seiner Ruderpinne besser umgeht als du. Fertig! Ich weiß, dass du Barbara Baxter vögelst und wenn schon. Tja, vielleicht bin ich mittlerweile monogam geworden. Oh, armer Sam. Glaubst du wirklich, dass du in Luba eine findest, die deine Frau werden will? War das alles, Sandra? Sie ist doch ein Schätzchen. Die lassen sich gern von dir flachlegen, weil du das drauf hast. Und das war's. Genieße es, solange du kannst. Wiederhören, Sandra. Fertig! Das Geballer scheint einen therapeutischen Wert zu haben. Vielleicht sollte ich das auch versuchen. Gut, lass mich raten. Ein gemeiner Junge hat nicht angerufen und dir das Wochenende versaut. Also, hast du dir den Tag freigenommen, stimmt's? Welcher von deinen Schiffsjungen ist das denn? Der, der nicht gerade will. Na schön, Kelly. Was ist mit dir los? Was hast du denn? Ich vermisse Dad. Oh Gott. Ich vermisse ihn auch. Manchmal. Nein, das ist nicht wahr. Es hat ihn keiner gezwungen, sich umzubringen, Kelly. Kelly, ich... Ich... Ich weiß nicht, wie es sowas getan hat. Ich weiß es wirklich nicht. Kann ich... Kann ich dir was Gutes tun? Willst du ein Valium? Ich bin vergewaltigt worden. Was sagst du, Schatz? Ich kann dich nicht verstehen. Ich sagte, ich bin vergewaltigt worden. Was? Ich bin vergewaltigt worden. Von Sam Lombardo. Sam Lombardo?